Vor meiner Zeit in der AfD habe ich als Selbstständiger in unserer familieneigenen Unternehmensberatung gearbeitet. Durch einen direkten und intensiven Kontakt mit vielen internationalen Kunden, Partnern und Firmen konnte ich schon sehr früh wichtige Berufserfahrungen sammeln, die weit über den deutschsprachigen Raum hinausgeht und kam ebenfalls mit den diversen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sowie Problematiken in Nah- und Fernost in Berührung. Bevor ich Landtagsabgeordneter wurde, habe ich über sechs Jahre als persönlicher Referent des hessischen AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Nolte am Deutschen Bundestag gearbeitet. Dort lag mein arbeitstechnischer Schwerpunkt zuletzt innerhalb der Enquete-Kommission Afghanistan, welches sich mit dem völlig verfehlten Auslandseinsatz der Bundeswehr am Hindukusch beschäftigt. Als jemand, der selbst gedient hat, machen mich die damals getroffenen Entscheidungen und vor allem der respektlose Umgang mit unseren Soldaten von gewissen Teilen der Gesellschaft und Politik immer noch fassungslos. Der entscheidende Moment, wegen dem ich persönlich politisch aktiv geworden bin, ist die seit 2015 krasierende, ungezügelte und vor allem illegale Masseneinwanderung von Wirtschaftsmigranten aus allen Herren Ländern in die Bundesrepublik, welche bis zum heutigen Tage anhält und von den Regierenden und des Systems weiterhin forciert wird. Als Familienvater von zwei kleinen Kindern ist es mir als neu gewählten Landtagsabgeordneten ein wichtiges Anliegen, unser schönes Hessenland wieder in geordnete Bahnen zu führen und die Missstände, welche durch die regierenden Altparteien in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen wurden, Stück für Stück zu beseitigen. Auch als Oppositionspartei werden wir in den kommenden Jahren in der Lage sein, die Politik in diesem Land mitzubestimmen und vor allem ein Sprachrohr derjenigen zu sein, welche viel zu lange nicht gehört wurden. Als Abgeordneter des Hessischen Landtags bin ich unter anderem Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur. Gerade dieser Bereich wurde in der Vergangenheit massiv durch Linksgrüneren und vor allem durch Kulturmarxisten beeinflusst. Dieser Zustand ist nach wie vor unerträglich und eines meiner Hauptanliegen wird sein, gegen diese Entwicklung entschieden vorzugehen. Als Oppositionsführer und starke AfD-Fraktion im Landtag werden wir unsere Wähler nicht enttäuschen und ehrliche Politik für Hessen und für Deutschland machen. Dafür gebe ich Ihnen mein Wort.